Stellen Sie sich eine Arbeitswelt vor, in der alle Partner miteinander vernetzt sind, Prozesse automatisiert und wie von selbst laufen, Informationen und Daten tagaktuell digital ausgetauscht werden und in der die Kommunikation zwischen allen Partnern ganz einfach ist. Willkommen im DATEV Ökosystem. Software-Kooperationen und geprüfte Schnittstellenlösungen schaffen die Verzahnung zwischen den unterschiedlichen Arbeitswelten und technischen Plattformen. So wird das Ökosystem der Unternehmer mit Partnern und Dienstleistern, etwa für E-Payment, Kassen- oder Zeiterfassungslösungen, mit der Kanzleisphäre verbunden und Daten können leicht ausgetauscht werden. Diese werden in der Kanzlei bearbeitet und weiteren Beteiligten, wie etwa öffentlichen Stellen, zur Verfügung gestellt. Mit dem Ökosystem der DATEV wird also die Arbeitswelt der Unternehmer, der Kanzlei, der Behörden und Partner vernetzt und digitalisiert. Für die Unternehmer ist die Kanzlei dabei der perfekte Wegbegleiter. Mit Unterstützung durch DATEV, die die digitale Transformation ihres Unternehmens ermöglicht und damit Zeit und Raum für ihre kreativen, unternehmerischen Tätigkeiten schafft.